Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CUT. Heute ist Mittwoch, der 15. August 2018. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Ein Mittwoch, wie ungewöhnlich. Ja, wir haben ja auch Feiertag. Eines der wenigen Bundesländer in Deutschland, bei denen das der Feiertag ist. Und ich habe heute extra nochmal nachgelesen, dass nicht einmal in Bayern überall dieser Tag als Feiertag gilt. Das ist einer der wenigen Vorzüge, die man so als Atheist mitnimmt. Wenn man in einer sehr katholischen Region lebt. Ganz genau. In einer tiefschwarzen, tiefkatholischen Region. Genau. Aber wir wollen nicht über Religionen sprechen. Nein, bitte nicht. Sondern über Filme. Über einen Film, den wir erstmals getrennt voneinander gesehen haben. Und zwar, was haben wir geguckt? Ja, wir haben Mag oder formerly known as The Mag, haben wir geschaut. Ich glaube, im Englischen heißt er The Mag. Nur im Deutschen heißt er Mag. Warum? Genau, weil der Deutsche das TH nicht aussprechen kann. The. Wie Breathering. Breathering. Ja, und deswegen heißt er Mag. Und ja, meine große Tochter wollte den unbedingt sehen. Und es ging irgendwie nicht so, zeitlich ging es sich nicht aus, jetzt mit deiner Arbeit. Und jetzt mussten wir den getrennt voneinander gucken, was ja auch mal ein Novum ist. Und du hast den mit deinen Jungs geguckt von der Arbeit und ich habe den mit meiner Tochter geguckt. Und unsere Eindrücke werden wir euch heute näher bringen. Im Übrigen hat diese Folge, und da vielleicht fällt uns da ja was ein, noch kein Untertitel. Und ich habe mir gedacht, diese Mag-Werbekampagne hat ja so ein bisschen auf doofe Wortspiele gesetzt. Vielleicht fällt uns ja im Laufe dieser Aufnahme. Ein doofer Untertitel ein für diese Episode. Was für ein Druck. Dieser Druck. So kann ich nicht arbeiten. Ja, da würde ich sagen, erzählst du uns mal ein paar Fakten zum Film. Welche Fakten? Zum Film oder zum? Zum Film. Megalodon. Erstmal zum Film. Okay. Also, der Film hat eine FSK 12, wo ich mich schon sehr, sehr gewundert habe. Also, ich meine, er ist jetzt nicht blutig, aber ja, es ist hallo, es geht um ein Raubtier, das Menschen angreift. Und da finde ich halt FSK 12 schon wieder. Ich meine, unter dem Aspekt, dass FSK 12 halt immer bedeutet, dass Eltern mit ihren Kindern ab sechs Jahren halt ins Kino dürfen. Das ist halt, und deswegen finde ich FSK 12 halt einfach immer so ein fragwürdiger FSK. Du kannst halt davon ausgehen, ich meine, jetzt vielleicht nicht unbedingt eine sechsjährige, aber dass es immer so unvernünftige Eltern gibt, die da genau das tun. Ja, ich meine, dann vielleicht nicht sechs Jahre, aber acht Jahre reicht ja auch schon. Oder neun oder zehn oder, und das ist halt, ja, man hat es ja oft genug gesehen, auch in Harry Potter oder Herr der Ringe, die ja auch alle ab zwölf waren. Und es ist jetzt nicht so, dass die Kinder da jetzt, glaube ich, da immer unbeschadet aus dem Kinosaal raus sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Egal. Auf jeden Fall hat er eine Stunde 53 Minuten Laufzeit. Und er hat eine Bewertung von 6,2 auf IMDb und einen Metascore von 46. Uh. Normalerweise hätten wir bei solchen Bewertungen, oder zumindest bei diesem Metascore, wären wir wahrscheinlich nicht ins Kino gegangen, oder? Ja, das ist aber auch wieder so ein Film, wenn man auf, ich habe eh geguckt, auch auf Metacritic und auch auf Rotten Tomatoes. Die Links findet ihr ja immer in den Shownotes dazu. Könnt ihr euch auch angucken, ob sich das ändert. Das bleibt ja nicht immer in Stein gemeißelt, je nachdem auch bei, wie sagt man denn, Home-Video-Releases, also wenn es dann auf Blu-ray oder DVD erhältlich ist, dann ändert sich das manchmal noch, zumindest die Publikum-Bewertung. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, die Diskrepanz zwischen der Kritik-Bewertung und der Zuschauer, die ist halt bei solchen Filmen immer meistens sehr, sehr hoch. Ja, ist klar. Ich meine, jeder, der irgendwie von diesem Film gehört hat oder vielleicht auch den Trailer gesehen hat, der kann sich schon vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt ein französisches Programmkino ist. Und somit bei den Kritikern natürlich meistens nicht sehr beliebt. Aber bei den Zuschauern ist er durchaus, hat er eine höhere Wertung. Ja. So, dazu später mehr. So, dann fangen wir mal an. Also Regie führt der John Turteltaub und wo ich das im Vorfeld schon gelesen habe, dann dachte ich noch so, den Namen kennst du doch. Und ich meine, der hat aber auch wirklich verdammt viele Filme gemacht und verbrochen. Verbrochen kann man wirklich sagen, weil er war ja auch einer der Stammregisseure von Nicolas Cage, weil er hat ja dann zum Beispiel mit ihm das Vermächtnis der Tempelritter oder das Vermächtnis des Geheimbuches gemacht. Wer war das? Er hat das Duell der Magier gemacht. Er ist auch für Russia, auch verantwortlich für Non-Men. Und so wie du es vorhin auch schon selber gesehen hast, während du schliefst, das war mal sein Rom-Com-Ausflug. Da muss ich was erzählen zu, weil wir hatten doch irgendwie kürzlich die Diskussion, welchen Film man am öftesten gesehen hat in seinem Leben. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Hast du da was gesagt dazu? Nein, ich habe mich nicht getraut, weil ich glaube, das war tatsächlich, das war tatsächlich während du schliefst. Weil es war so die Phase, ich glaube, da war ich ein bisschen in Sandra Bullock verschossen. Und ja, da war sie ja auch noch. Süß. Ja, nein, die ist jetzt auch eine hübsche Frau, aber nee, die war halt so eine Newcomerin. Die war halt mit Demolition Man, glaube ich, hatte sie damals ihren ersten großen Auftritt. Das war vor Speed dann auch, oder? Ja, vor Speed. Und dann war halt während du schliefst und ich habe den, glaube ich, mit Heimkino-VHS-Kassette irgendwie schon mindestens 15 oder 20 Mal gesehen. Mein Gott. So oft habe ich nicht mal ich den Film gesehen. Ich mag den echt, also das ist eine echt süße Promkom. Umso mehr hat mich gewundert, diesen Namen von John Turteltaub im Vorspann zu sehen. Okay, der ist echt einen weiten Weg gegangen. Um dieses Meisterwerk jetzt abzuliefern, ja. So, Drehbuch ist der Dean Jorgeris. Der hat unter anderem Paycheck, The Maturian-Kandidat, Tristan und Isolde. Dann die Gebrüder Hober, John Hober und Erich Hober, die zusammen Battleship, Red und Red 2, White Out geschrieben haben. Bei der Kamera bin ich jetzt ganz schön, war ich jetzt ganz schön verwundert. Und zwar ist es Tom Stern. Und der Tom Stern ist der, oder war der Haus- und Hof-Kameramann von Clint Eastwood. Also der DP, der Director of Photography. Ja, genau. Also wenn ich das jetzt, bei IMDB ist das manchmal ein bisschen kompliziert, weil das immer so komisch aufgegriffen ist. Also er war auch mal Gaffer. Und, ähm, aber als Kameramann wird er da aufgeführt. Und er hat halt unter anderem Der fremde Sohn, Mystic River, Flags of Our Fathers, Letters from Iwo Jima, Bloodwork. Also wirklich die ganzen, äh, Gran Torino, ganzen Clint Eastwood-Filmer hat er Kamera, äh, geführt. Genau. Äh, Musik ist der Harry Gregson Williams. Den kennt man von Shrek, X-Men Origins, Wolverine, Die Chroniken von Narnia, Déjà-vu. Mhm. Ja, eher so, auch so ein typischer Blockbuster-Komponist, würde ich sagen. Ja, hat mir jetzt zumindest, ähm, war mir der Name jetzt nicht ganz... Nee, weil, weil, ja, bei, keine Ahnung, ich kann mich jetzt aber auch nicht, also von den Filmen, die ich jetzt aber auch alle gesehen habe, aber der Soundtrack, der wird sich jetzt nicht so nach vorne spielen. Ja, ist jetzt halt, naja. Der ist eher zweckmäßig. Ja, genau. So, jetzt kommen wir zur Besetzung, äh, allen voran als Jonas Taylor, der Jason Statham. Mhm. Ist das Statham? Oder Statham? Da dürft ihr uns auch gerne mal, äh, äh... Ja, aber ich hätte jetzt immer gesagt... Also, wie man das ausspricht, ob das, also, instinktiv ist es ja an die Age, hätte ich gesagt Statham. Aber ich, ja, ich glaube schon Statham. Ah, und Statham ist eher so, hätte ich gesagt, das macht der Deutsche. Oh. Da ja so einen Start haben. Nein, so deutsch sind wir jetzt aber auch nicht. Ja, wie dem auch sei, ich sag Statham. Vielleicht sagen wir auch manchmal Statham. Sagen wir doch einfach Jonas. Der Jonas. Der Jason. Der Jason, äh, spielt den Jonas. Und, äh, ja, ich meine, hallo, also wer den nicht kennt, also das ist ja wirklich... Der hat Kino verpennt, um unseren Standardspruch. Ja, absolut, ähm, und zwar ist er wirklich der Actionheld der letzten Jahrzehnte, kann man so sagen. Also er hat so ein bisschen, ähm, die, die 80er, 90er Jahre Actionhelden, so wie Arnold Schwarzenegger und, und Sylvester Stallone hat er schon so ein bisschen abgelöst. Beerbt. Ja, beerbt und er ist halt einfach eine andere Art von, von Actionheld, er ist halt sehr, ja, er ist halt sehr drahtig, er ist sehr, ähm, er hat ja auch diese ganzen Martial-Art-Moves und so, das hat er ja auch alles drauf und, ähm, er ist jetzt wahrlich kein begnadeter Schauspieler. Nein, ist er nicht. Ist er nicht, das weiß er aber auch und ich glaube, er macht sich immer so ein bisschen selber auch drüber lustig. Und er hat aber auch wirklich auch einen guten Film mitgespielt, also Bankjob zum Beispiel würde mir spontan einfallen, das war jetzt einer seiner besseren. Ja, und dann ansonsten Crank, äh, alle Teile, The Mechanic, Homefront war zum Beispiel auch einer seiner besseren Filme. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Den fand ich echt gut. Ich bin nicht so der Statham-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich bin auch nicht so der Fan, aber er ist jetzt, nur weil er jetzt da mitspielt, heißt es dann nicht so, äh, den guck ich mir jetzt nicht an. Da muss dann einfach um die Thematik halt gehen. Expendables hat er mitgespielt, äh, der hat schon Sporter, er ist der hat schon Sporter. Also wenn ihr ein eiliges Paket habt, dann ruft ihn an. Eins und zwei, glaube ich, oder? Drei war nicht mehr dabei. Ne, drei war nicht mehr, oder? Doch, ich glaube, es gibt nochmal andere, wo, ah, Transporter ist ja auch, da gibt es auch eine Serie. Ist ja nicht der Dreier schon irgendwie so The Beginning oder so, dann ist er ohne ihn? Also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch mal irgendwo Pause gemacht, dann war er wieder dabei. Ich wusste, ich weiß bloß nicht, dass dann Audi mitspielt. Ja, ich hätte vielleicht schwören können, dass es ein BMW war, aber egal. So, ähm, dann als Suyeng, auch hier wieder, es kann sein, dass wir die Namen falsch aussprechen, ist die, ähm, wohl sehr bekannte, äh, Schauspielerin Bingbing Li. Mhm. Nur. In China. In China. Man muss vielleicht dazu sagen, dass der Film, also das ist mir in letzter Zeit öfter aufgefallen. Also mir jetzt nicht, aber bei dem jetzt schon sehr, weil das halt so chinesisch-amerikanische Co-Produktion ist. Genau. Also quasi. Und das, das merkt man dann immer, dass im Vorspann so, was war der letzte Film, wo Alibaba produziert, das ist ja auch in der chinesischen Firma, das war auch, das ist noch nicht so lange her. Das haben wir aber dann nicht im Kino gesehen, das haben wir dann in unseren heimischen Gefühlen. Ja, aber es kommt uns, ähm, es kommt einem immer öfter, ähm, unter, dass die, dass die Filme halt auch von, äh, von, von chinesischen Firmen Co-Produziert werden. Mhm. Und bei dem ist es halt besonders prominent, weil, ähm, letztendlich natürlich auch der, ähm, wie sagt man, der, der Schauplatz und auch ein Großteil der Darsteller, äh, auch chinesisch, ist, äh, oder asiatisch. Genau. Ja, und die Bingbing Lee hat mitgespielt, äh, Transformers 4, äh, The Forbidden Kingdom, das müsste eigentlich auch vielen was sagen, Guardians of the Tomb, das ist auch so ein, ja, relativ aktueller, ähm, ja, es ist halt so ein B-C-Movie, so, kam gar nicht in die Kinos, ist, ähm, gleich in die heimischen Videotheken gewandert. So, dann haben wir als Morris, als diesen Millionär, Morris ist der Ryan Wilson, den kennt man unter anderem von The Office, Super, Juno hat er mitgespielt, Six Feet Under, Entourage. Den, ja, den kennt man auch irgendwie mit seinem quadratischen Schädel da. Ja, ja, natürlich auch. Dann, äh, Meg, ist der Cliff Curtis, der, äh, bei Sunshine, Whale Rider, Training Dale, Fear the Walking Dead hat er jetzt gerade seine große Rolle in der Serie. Mhm. Ähm, Blow hat er den Pablo Escobar gespielt. Ach, tatsächlich. Ja. Äh, Insider, Three Kings, genau, also er ist auch schon sehr, sehr lange dabei, hat in sehr vielen, vielen Filmen mitgespielt. Dann den, den Vater von der Suyen Yen, den Sang oder Shang, spielt der Winston Cao, äh, bekannt unter 1911 Revolution, Revolution, 1911 Revolution, so rum, genau. Dann, äh, Road to Dawn, das Hochzeitsbankett, also das Hochzeitsbankett sagt mir etwas. Also mit anderen Worten, den kennt man bei uns wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch weniger. Also ich kannte keinen der asiatischen Darsteller. Na, also ich auch nicht, weil Transformers hab ich ja nicht gesehen, vier. Außer den einen in dem U-Boot am Anfang, das war der von Heroes. Genau, der spielte bei Heroes mit. Und, genau. Jetzt hast du mich auch. Entschuldige, warst bei dem Hochzeitsdingen stehen geblieben? Ah ja, genau, das Hochzeitsbankett. Dann, ähm, Jax wird gespielt von Ruby Rose, die, ja, die kam mir auch schon die ganze Zeit immer so bekannt vor. Diese super toughe Technikerin da. Ja, genau, mit diesen komischen Zwiebelhaaren. Was ist das, was ist da? Ja, die hat nämlich bei John Wick 2 hat sie mitgespielt. Da war sie, glaube ich, die, die, die Gegnerin, diese Hauptgegnerin vom Keanu Reeves. Mhm, mhm. Dann XXX, die Rückkehr des Xander Cage. Mhm. Und Pitch Perfect 3 hat sie auch mitgespielt. Okay. So, dann, ja, das sind jetzt lauter so, so diese kleineren Rollen, also, weil die spielt, die spielt ja alles in so einer Forschungsstation und dann spielt er auf dem Boot und das ist halt diese ganze Crew, wo ich jetzt hier halt quasi vorlese. Dann der DJ ist Paige Kennedy, äh, hat mitgespielt bei Bones, sie ist in Miami, my name is Earl, six feet under the shield. Das ist auch so ein Serien. Das ist der schwarze, genau, das ist auch so ein Seriendarsteller. Aber dann den Dr. Heller wird gespielt von Robert Taylor, der bei Matrix einer der Agenten war. Okay. Aber ich, der kann mir null bekannt sein. Nee, ja, die tragen ja auch immer Sonnenbrillen bei Matrix. Ach, meinst du deswegen? Sehen ja auch alle gleich aus. Mhm. Dann bei Kong, Skull Island hat er auch mitgespielt. Als was, als Helikopterpilot wahrscheinlich, der dann abstürzt. Nein, aber irgendein Kapitän, glaube ich. Hm. Dann Vertical Limits, Focus. Oh, okay. The Wall, das ist dieses etwas dickere, dickere Wissenschaftstierchen. Ach, der, naja, der heißt The Wall. Ja. Im, 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 seine Rolle. Seine Rolle heißt The Wall, ja. Die Wand. Ja, wir haben es ihn genannt, ich weiß es aber auch nicht mehr. Das ist der Olafur Dari Olafson. Oh, ich habe es richtig ausgesprochen. Hoffe ich. Äh, der hat mitgespielt bei True Detective, Walter Mitty, Query, The Missing, die Serie Zoo Lander 2. Okay. Jo. Kam mir bekannt vor das Gesicht, aber konnte ich das nicht zuordnen. Jetzt wo ich Walter Mitty, weil das ist ja dieser Helikopterpilot. So, dann konnte ich ihn dann auch da irgendwie zuordnen. So, dann, ah ja, die Lori, die, diese Tief, diese U-Boot, äh, nein. Äh, ich weiß nicht, wenn, wer das ist. Ja, die spielt ja, äh, das ist ja quasi die Ex-Frau vom, vom Jonas. Ah, jetzt. Genau, das ist die, die, die wurde in diesem. Ja, die Helikopterpilotin. Nein. Äh, die U-Boot-Pilotin. Ja, genau, U-Boot. Also, kann man es doch schon U-Boot nennen, oder? Ja. Aber es ist ja kein U-Boot. Was ist denn das kleine Ding da? Es sind alles U-Boote. Echt jetzt, okay. Aber wenn es so klein ist, ist es auch ein U-Boot. Ist es auch noch ein U-Boot. Vielleicht ein Mini-U-Boot. Ein, die, genau, die ein Mini-U-Boot fährt. Ein Tief, die U-Boot. Ich glaube eh, dass diese ganzen U-Boote, wie man sie gesehen hat, allesamt nicht dazu geeignet wären, in diese Tiefen vorzudringen. Aber das, da wollen wir jetzt mal keine wissenschaftlichen Maßstäbe anbauen. Da habe ich jetzt keine Recherchen dafür gemacht. Ah, das ist die Jessica McName. Äh, Battle of Saxes hat sie mitgespielt. Bad Chips, Syrians. Also, ich kannte die jetzt auch nicht. So, und der letzte in der Runde, das ist der Toshi. Der wird gespielt von Masi Oka. Kennt man aus Heroes. Genau, und Hawaii Five-O. Und Get Smart hat er auch mitgespielt. Ja, hat mich gewundert, dass ich den mal wieder gesehen habe, weil der ist ja sehr leer, sehr lange vor der Bildfläche irgendwie. Oder vielleicht auch, irgendwo hat er mitgespielt, wo man halt überhaupt nicht anschaut. Oder wir nicht anschauen. Oder genau, wo, ja, genau, wo wir nicht anschauen. Also quasi, wenn wir es nicht sehen, heißt es nicht, dass der Rest der Menschheit es nicht anschaut. Entschuldigung. So, jetzt bin ich mal durch. Jetzt bist du mal durch mit den Fakten. Ja. Jetzt weiß ich nicht, du hast das, glaube ich, auch so ein bisschen recherchiert, so in Richtung, um was es denn eigentlich geht. Also, der Hauptprotagonist ist ja neben Jason Statham eigentlich ja eben ein namensgebender Hai. Genau. Und du hast ja irgendwie den Spaß gemacht und hast da auch so ein bisschen recherchiert, weil es ist ja so, dass Meg ist ja die Abkürzung für Megalodon, das ja ein prähistorischer Hai ist. Ja. Was hast du denn da rausgefunden zu dem Ding? Also, erstes Mal, wenn man den weißen Hai gesehen hat zum Beispiel, da wird ja auch schon der Name, also weil alle Tierarten haben ja, sind das dann griechisch oder lateinisch? Und der Megalodon hat den Namen, wobei auch hier im späteren, weil das habe ich jetzt alles aus Wikipedia gezogen. Es wird ja vermutet, also der Karcharodon gehört zu der Familie des weißen Haies, aber er gehört nicht zur Familie des weißen Haies. Deswegen gibt es noch einen… Des weißen Haies? Des weißen Haies. Weichen Haies, das habe ich nicht gesagt, ich habe der weiße Hai gesagt. Genau, also er wird unter zwei Namen aufgeführt, Karcharolodus Megalodon oder Karcharodon Megalodon, genau. Der ist bekanntlich ausgestorben, gehört zur Familie der Makrelenhaie und hat gelebt in der Miosen bis zur Pliocen Pleistocen vor ungefähr 2,6 Millionen Jahren. Das ist eine Zeit lang her, ja. Ja, genau. Er wird aufgeführt als die größte Hai-Art der Erdgeschichte und hat eine Länge von 5,9 bis 20,3. Es gibt verschiedene, ja, also von der Länge her, es wird halt, also je weiter es in der Zeit geht, desto länger war er dann wohl auch und desto größer ist er dann auch geworden. Und woher weiß man das, dass der so groß war? Ja, das ist nämlich so, man hat natürlich dadurch, dass Haie keine Knochen haben, sondern das einzige, was man von ihm gefunden hat, sind entweder Wirbel oder Zähne. Und die halt meistens auch in den irgendwelchen Fossilien und es wird darauf Schluss, also es wird schlussgefolgert, dass, oder es wird anhand des weißen Haies immer nach... Hochgerechnet. Also simuliert und zwar Kiefergröße proportional zur Körpergröße und die Basis ist so der weiße Hai. Also quasi der Zahn hat eine Länge, also der größte Zahn, wo vom Megalodon gefunden worden ist, war 18 Zentimeter. Und daher auch sein Name, weil Megalodon ist griechisch und ist auf, also großer Zahn bedeutet sein Name. Genau. Dann die Gebissbreite und Höhe haben sie auch daraus geschlussfolgert und zwar die Breite waren drei Meter und die Höhe 2,5. Das heißt, er konnte, wenn er das Maul aufgemacht hat, einen stehenden Menschen einfach verschlucken. Mit einem Haps ist er im Mund. Genau, genau. Also es wird ja immer auch hier im Meg, also weil die, so wie er dargestellt wird, könnte man sagen, okay, das ist ein bisschen groß geratener weißer Hai. Er ist aber nicht der direkte Vorfahre des weißen Haies. Also das hat man früher angenommen, das wurde dann aber wieder verworfen. Und zwar einer der Gründe, warum er nicht der Vorfahre ist, ist der Neigungswinkel der Zähne. Und zwar der weiße Hai hat einen größeren Neigungswinkel. Also die haben ja im Prinzip ja hauptsächlich die Zähne, deswegen können sie auch nur anhand denen halt Rückschlüsse halt folgern. Also, ja, habe ich es richtig gesagt? Genau. Er hat keine direkten Nachfahren. Also quasi, er ist ausgestorben und bumms, das war's. Und, ähm, genau. Aber er hat am meisten mit dem weißen Hai gemeinsam, daher hat er auch immer die Vergleiche. Ja. Die Beißkraft wird auf 3,1 kn. Kilo Newton. Kilo Newton. Mhm. Vermutet. Und seine Beute, haben wir auch schon richtig gesagt, im Film sind Wale. Mhm. Genau. Und, was das fand ich auch noch ziemlich interessant, und zwar seine Bisse waren meistens in der Schulter- und Brustregion. Mhm. Und zwar waren da auch die ganzen lebenswichtigen Organe, wie Lunge und Herz, und sein Ziel war halt durch einen bis der sofortige Tod. Beim weißen Hai ist es so, dass er solche Regionen eigentlich eher scheut, weil es da auch die meisten Knochen dann auch sind und, ähm, somit er auch mehr Beißkraft braucht, bräuchte. Genau. Und beim weißen Hai, dem sein Trick, ein Opfer halt, ähm, äh, zu töten, ist, ist einfach verbluten zu lassen. Mhm. So, dann Gründe, warum sie ausgestorben sind, gibt's natürlich viele, ich hab jetzt nicht alle aufgeschrieben, ähm, ja, es ist halt auch immer so, die größten Tiere, also kann man ja auch an der Dinosaurier auch am besten nachvollziehen, je größer, desto eher, äh, Je größer, desto tot. Je größer, desto tot, oder? Je größer, desto weniger können sie sich an die Umweltbegebenheiten anpassen. Ähm, dann, seine Beute wurde wohl auch schneller für ihn. Mhm. Dann, ähm, durch die Erdveränderung, es gibt ja auch, ähm, das nennt sich Kinderstuben, da sie ja auch immer einzelne Regionen, in denen sie die Jungtiere dann aufgezogen haben. Und wenn dann halt so traditionelle Regionen dann halt auf einmal durch die Erdverschiebung, ähm, auf einmal nicht mehr zugänglich war, dann auch hier wieder, ähm, ein Indikator fürs Aussterben. Und, ähm, ja, vielleicht auch das Schwertwale, die seine, seine größten Gegner dann wurden und ihn dann auch, ähm, zum Aussterben gezwungen haben. Und, ähm, genau, das sind so die Hauptgründe. Also, weil seine, seine Beute dann schneller wurde, oder? Die wurde dann schneller, äh, die wurde dann auch größer und, und, ähm, ja, gibt's verschiedene Gründe. Ja, ja, ich glaube, ähm, die Menschheit, ähm, per se, vor allem die zu Seefahrende, wird wahrscheinlich jetzt nicht so traurig darüber sein, dass der ausgestorben ist. Ja, weil es wird ja auch, es gibt tatsächlich, weil es wird ja wie in dem Film jetzt auch, ich meine, wer den Trailer gesehen hat, ich meine, weiß es ja auch schon, es wird halt in den tiefsten Regionen der, der Weltmeere wird dann halt dieser Hai aufgeschreckt. Ja. Und es wird tatsächlich auch vermutet, dass in tieferen Regionen er wirklich noch leben könnte, aber viele Forscher sehen das als unwahrscheinlich, weil die Veränderungen, die dieser Hai hätte machen sollen, um dort unten zu überleben, die Zeitspanne war zu kurz, das hätte er das überleben können. Ja, über diese, ähm, Überlebensregionen können wir uns dann im Spoiler-Teil nochmal, ähm, austauschen. Also was, was denn jetzt eigentlich quasi die Erklärung des Films ist, dass dieser Hai noch existiert. Mhm. Ja, fand ich jetzt auch irgendwie. Die weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, ich schon. Okay, gut. Gut. Ja, ist ja wieder ein paar Tage her. Bist du. So, jetzt bin ich aber echt fertig mit den Nerven und, und durch. Bist du durch. Ich bin durch, genau. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, erzähle ich ein, äh, lese ich mal wie immer den, den Pressetext vor. Ein Tiefseetauchboot mit einer internationalen Forschungscrew liegt funktionsunfähig auf dem Grund des Pazifiks, nachdem es von einem massiven Hai angegriffen wurde, der zuvor als ausgestorben galt. Der erfahrene Tiefseerettungstaucher Jonas Taylor wird von einem visionären chinesischen Ozeanografen rekrutiert, um die Crew und den Ozean selbst vor dieser unaufhaltsamen Bedrohung zu retten, einem prähistorischen 23 Meter langen Hai namens Megalodon. Was sich niemand hätte vorstellen können, ist, dass Taylor bereits vor Jahren auf diese schreckliche Kreatur gestoßen war. Jetzt muss er sein eigenes Leben riskieren, um alle zu retten, die unten gefangen sind, und wird noch einmal mit dem größten Raubtier aller Zeiten konfrontiert. So. Also, komplette Story. Die kompletten Beweggründe der Hauptfigur, alles schon drin in der Beschreibung. Muss man aber auch dazu sagen. Das stimmt, das stört aber auch nicht. Das ist eh so wurscht. Ja, genau. Das ist eh so wurscht. Ja. Ja, erzähl doch mal, was hatten wir, was hattest du denn für eine Erwartungshaltung? Ja, also ich meine, ich bin ja ein Riesenfan dieser Tiere und ich liebe Hai-Filme. Also, wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Schande ist oder nicht, ich habe trotzdem diese ganzen Sharknato-Filme nicht angeschaut. Aber ich bin halt mit dem weißen Hai groß geworden. Mit dem weißen Hai im Kinderzimmer. Ja, genau. Ich habe schon immer einen gehabt. Nein, mit dem Film, der weiße Hai. Und das ist, glaube ich, auch einer der Filme, den ich am meisten gesehen habe in meinem Leben. Und ja, und der Trailer, der hat halt einfach so, oh mein Gott, oh mein Gott und wow, wow, wow. Und ja, da war einfach klar, dass das der Spaß machen wird. Und dementsprechend war meine Erwartungshaltung, dass das halt ein lustiger Trash-Film wird. Ja. Genau. Ja, ging mir ähnlich. Ich habe den, also ich habe jetzt zwar nicht so die Affinität zu Haien und ich weiß es nicht. Und ja, gut, nachdem du ihn unbedingt sehen wolltest, hätten wir den, glaube ich, so oder so gesehen. Jetzt auch, wenn meine Tochter ihn nicht hätte sehen wollen. Aber ich dachte mal, ja, was willst du erwarten von einem Film mit einem 23 Meter Hai, in dem Jason Statham die Hauptrolle spielt? Ja, vor allem halt, jetzt wissen wir ja, dass, weil die Wissenschaft sagt ja so groß, also 23 ist jetzt halt schon wieder übertrieben, weil 20,3 ist so quasi das Höchste der Gefühle. Ja, aber im Film muss ja immer so ein bisschen übertrieben werden. Ja, schon. Außerdem weiß ja niemand so ganz genau, wie groß er tatsächlich war. Ja, und wie war dann so, weil wir haben ja tatsächlich nicht, wir sind ja nicht zusammen aus dem Kinosaal. Wie war denn so dein erster Eindruck, deine erste Reaktion? Ähm, ja, also mir hat, also ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe und ich habe ihn ja auch, das muss man dazu sagen, ich habe ihn ja auch in 3D gesehen, du ja nicht. Wow, schon wieder ein Novum. Ja, genau. Also ich hätte ihn auch lieber gerne in 2D gesehen, wobei, ich glaube, dass, na, ja, weiß nicht, aber es gab so ein paar Momente, ich glaube, da hat das 3D dem Ganzen schon gut getan. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also ich bin schon ein paar Mal ordentlich zusammengezuckt. Und, ähm, ja, also ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe und er hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ja, das stimmt, also es ist halt ein Spiel mit der Erwartungshaltung, also man darf jetzt da nicht rangehen und irgendwie, weil, also gerade wenn man es jetzt mit sowas wie einem weißen Hai vergleicht, der weiße Hai ist eher Suspense, ist eher Thriller, ist tatsächlich ein eher ernstzunehmender Kandidat aus diesem Genre-Hai-Film, wenn man das als eigenes Genre sehen will. Und Megalodon erhebt, also Meg erhebt diesen Anspruch nicht, ja, also das macht, also schreit schon vom Trailer weg, ich will Spaß machen. Und der Film ist dann am besten, wenn er sich selbst nicht ernst nimmt. Ja, und vor allem halt auch, er nimmt diese ganzen, dieser ganze wissenschaftliche Aspekt, der ja schon ein bisschen gegeben ist, weil dadurch, dass die in dieser Forschungsstation sind, in der chinesischen Küste, aber, äh, von Wissenschaft ist da null, null die Rede, also das ist jetzt, ähm, auch, da hat der weiße Hai zum Beispiel von Steven Spielberg, ist da, glaube ich, fundierter und besser recherchierter als der Film jetzt, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, also, ähm, wird ihm auch so ein bisschen angelastet wohl in den Kritiken, dass halt, weil, ähm, zum Beispiel... Ja, aber von wem? Also, würdest du jetzt hergehen und da irgendwelche, also irgendwie den Wissenschaftsfinger erheben und sagen, oh, der ist aber zwei Meter länger als... Nein, 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 nicht mal wegen dem, aber es wird halt zum Beispiel, er müsste ja viel schneller auch sein, weil aufgrund der Größe und der Flossengröße und so, das habe ich jetzt zum Beispiel auch in einem Artikel halt gelesen, dass er halt, das wäre halt nicht sehr realistisch, dass er halt so, er wäre halt in manchen Sequenzen einfach zu langsam gewesen. Ja, aber ich frage mich dann, welche Art von Mensch geht in den Film, kommt dann raus und sagt, der müsste eigentlich viel schneller sein. Ja, aber jetzt weißt du auch, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum er bei Metascore so abkackt, weil der Hai einfach zu langsam ist. Man weiß es nicht. Ja. Ja, genau. Also, zügelt eure Erwartungshaltung, ja, also beziehungsweise, wenn ihr die so ausrichtet, auf einen hirnlosen... Das klingt immer so negativ. Nein, nein, das ist so ein typischer, typischer Blockbuster einfach, wo du an der Kasse mit deinen 8, 9 Euro, die du zahlst, auch gleich dein Hirn mit abgeben kannst, wo du dann reingehst, wo du dann halt einfach, ja, deine 1, 2 Stunden Spaß... Das ist ja auch kein anspruchsvoller Film und das will er ja auch nicht sein. Nee, will er ja auch. Das ist halt wieder so ein Fast-Food-Film, wo auch nichts hängen bleibt hinterher, sondern das ist einfach... Ja, wir hätten früher podcasten sollen, vielleicht kriegen wir es gar nicht mehr richtig zusammen, weil der Film schon wieder leer ist. Ja, ich weiß schon noch ein paar so Szenen, aber alles in allem, die Schauspieler sind alle nicht besonders gut. Ich glaube, am süßesten fand ich ja noch die Kleine, da kommt so ein Mädchen vor. Ja, die habe ich jetzt namentlich nicht erwähnt. Ja, die ist wahrscheinlich jetzt auch nicht bekannt. Die ist echt süß, auch so ein bisschen die Dynamik zwischen ihr und Jason Statham. Und sie kriegt da halt ein paar recht coole Dialogzeilen, kriegt sie ab und... Die Besten eigentlich. Eigentlich die Besten, ja. Das ist wirklich der Wahnsinn, weil ich meine, da spielen ja schon sehr viele Schauspieler mit, die man ja auch aus anderen Filmen halt kennt, wo man dann einfach denkt, okay, da haben sie jetzt echt einen Cast zusammengeschüttet, aber da hat sich keiner Mühe gegeben, denen anständige Dialoge zu geben. Also aber niemanden, nur dem Mädchen, wirklich nur dem Mädchen. Ja, ich fand schon, dass das hin und wieder ein paar so lustige One-Liner dabei waren, wo ich immer wieder mal schmunzeln musste. Und eigentlich hat sich bei mir nur immer so ein bisschen was verkrampft, wenn sie halt versucht haben, ernst zu werden. Wenn sie versucht haben, dich als Zuschauer jetzt dafür zu interessieren, dass jetzt jemand stirbt, ohne da jetzt spezifisch zu werden. Und dann dachte man so, ja, ist ja gut, ich bin jetzt nicht traurig, dass der stirbt, lass ihn einfach sterben, das ist halt so, ist halt einer von vielen. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass es halt eine chinesische Koproduktion ist, das merkt man ja auch daran, dass der in chinesischen Gefilden spielt. Also da wird jetzt nichts irgendwie in der amerikanischen Küstenstadt bedroht dann, sondern es ist dann in, was war das in Thailand? Ich kannte den auch nicht, aber da bin ich einfach vielleicht nicht... Asiatisch genug. Entweder das oder einfach nicht so... Geografisch bewandert. Nein, auch nicht mal das. Ich will einfach nur sagen, dass ich halt in diesen Regionen noch nie Urlaub gemacht habe, deswegen es mir kein Begriff war, weil dieser Strand... Ja, ging schon ab, also war schon was los, ne? Da war schon, also das war schon ein riesiger Strand und das war wirklich High Class, also das muss ja wohl bekannt sein, aber mir sagt es nichts. Ja, mir auch nicht. Ja, jedenfalls spielt er halt in chinesischen oder asiatischen Gewässern, ich habe immer Angst, diese Länder unten durcheinander zu bringen, deswegen sage ich asiatisch, also da fällt da alles rein. Nein, das ist aber auch eine Art... Also das hat mich jetzt nicht gestört, also dass das jetzt nicht an der amerikanischen Küste geendet hat, ja. Na, muss ja auch nicht. Aber es ist, dadurch ist halt das Setting ein bisschen anders und dadurch ist halt die Hälfte der Darsteller halt asiatisch. Ja. Auch nicht, ist eh wurscht. Nicht mal die Hälfte. Ne, aber es ist eh total wurscht, ja, weil die sind so austauschbar, ob das jetzt Chinesen... Was weiß ich, Araber oder Türken oder Russen sind, das wäre so egal gewesen für die Geschichte, dass es nicht egaler sein könnte. Ja, letztendlich glaube ich, ja, ich weiß nicht, also meine Tochter zum Beispiel, die fand den schon auch gut, ja. Sie hat aber definitiv nicht an all den Stellen gelacht, die ich lustig fand. Okay, wo hat sie dann gelacht? Ja, also nicht, also... Gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe nicht immer auf sie geachtet, aber ich habe schon festgestellt, dass sie vermutlich da nicht so zugänglich war für die, für diese Ironie, die da immer so mitschwingt. Ich glaube, für sie war das, also für sie war es ein Spaß, aber ich glaube, ein etwas ernstzunehmenderer Spaß, als es jetzt für uns Erwachsenere war. Also ich glaube, sie hat dann schon noch mehr so diesen, ja, also diesen Gruselfaktor im Vordergrund gesehen, als ich, der eigentlich eher so den Spaßfaktor im Vordergrund gesehen hat. Was nicht heißt, dass ich nicht erschrocken bin. Ja, also ich bin, also, was für mich halt... Das machen aber Jumpscares. Ja, ja, ist klar, aber das ist halt, wie soll denn sonst Gruseln mit einem, so einem Raubtier entstehen? Kann ja nur so. Deswegen, und, also für mich war da halt auch deswegen so Spaß gemacht, weil, also wenn man sagt Spaß, dann heißt es nicht so, dass es die ganze Zeit lustig ist. Ey, Film ist jetzt nicht lustig, aber... Ist keine Komödie. Ne, ist ja auch keine Komödie, aber es ist halt in dem Sinne halt, weil du halt die ganze Zeit halt unter dieser Spannung halt diesen Film schaust und du weißt, okay, jetzt kommt das halt irgendwann mal angeschossen. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es halt, also ich bin immer so ein bisschen so in den Sitz zurückgekrochen, weil dieses, ich weiß nicht, ob das auch durch dieses 3D war, also ich hab immer so, also ob ich wirklich auch sehr nah dran bin und ich fand das fast schon auf eine angenehme Art unangenehm. Also, ja, und das hat der Film echt gut gemacht, finde ich, also, und es ist sowieso, dass diese Mischung aus Schönheit und Horror, also für mich, sowieso auch immer die Beste ist, wo funktioniert. Deswegen mag ich auch solche Filme so arg. Ähm, was... Weil ich finde diese Tiere halt schön. Ja. Und deswegen, und du musst aber trotzdem, also du kannst, du musst, also, also sie sind halt einfach furchteinflößend. Ja. Und dann mit dieser Größe... Aber so, was sagst du zur CGI? Zu den Effekten, also wie hat dir die gefallen? Ja, ja, die war schon gut. Ähm, sie hätten manchmal, also für die heutigen Verhältnisse, und wir haben ja zum Beispiel The Shallow angeschaut, da war, äh, da war der High besser gemacht. Also man hat ihn meistens mehr so als große, graue Masse so gesehen, also so ins Detail sind sie manchmal gar nicht so gegangen. Oder auch dieses typische, diese Vorderfront, also klar, wenn dann Zähne zum Einsatz kamen, das hast du schon auch gesehen, aber die ganze, so mit den Augen und so, das, das war immer sehr wenig, also das... Ich fand, der hat noch am besten ausgesehen, äh, wenn's unter Wasser war. Mhm. Und wo es bei mir immer so ein bisschen, äh, wurde, war, wenn's an die Oberfläche ging. Also immer, wenn, wenn der High quasi irgendwie mal durchs Wasser kam, oder auch, auch wenn, wenn man so gesehen hat, wie sich das Wasser bricht. Mhm. Ähm, ich guck da immer ganz genau, also ich, das ist so eine Eigenart, also, weil das ist ja so, die, war jahrelang immer so der heilige Gral, der, der Computereffekte, mittlerweile sind wir da eigentlich schon längst drüber weg, äh, Wasser darzustellen. Und man merkt halt, da, wo die Haiflosse dann halt immer quasi das Wasser verdrängt, und ich hab immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das einen Hauch, äh, zu unnatürlich ausgesehen hat. Und auch eher, also die, 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 die Haut und die Oberfläche des Haies an, an, an der Oberfläche immer so einen Ticken künstlicher als dann unter Wasser. Mhm, okay. Also mich hat's unter Wasser, hat mich überhaupt nichts gestört. Da fand ich, ähm, auch die restlichen, ähm, Effekte und Viecher, ich nehm mal an, dass die, die anderen Hai, die, die normalen Hai, die davor kamen und Havale ja auch komplett aus dem Computer stammen, äh, das, das alles, sah alles, alles okay aus. Ja, gut, ich bin jetzt aber auch kein Meeresbiologe, äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie schnell so ein Mech schwimmen darf, also insofern, äh, hat mich das, konnte ich jetzt da keine wissenschaftliche, kein wissenschaftliches Urteil ab. Ja, es war halt auch so, einer der Kritikpunkte war das, zum Beispiel, dass man halt stets immer die Flosse gesehen hat. Oben. Ja, ja, deswegen, ich meine, das ist schon, ist auch wirklich so, weil du halt, ähm, sobald du halt hochschaust, okay, Flosse, alles klar, er ist da. Also, den Überraschungsmoment, der war dann halt nicht so gut. Also, da hätten sie ihn auch wirklich auch mal ein bisschen tiefer schwimmen lassen können. Ja, aber, was, was, ja, was ist so dein, dein spoilerfreies Fazit, bevor wir uns noch ein bisschen über, über einzelne Szenen unterhalten? Ja, ich meine, letztendlich, äh, wer diese Art von Filmen mag, der sollte sich den auf jeden Fall anschauen und, ähm, kann ich sogar auch in 3D empfehlen, also, ich fand den echt gut in 3D. Ola, die Waldfee. Ja. Du das mal sagst. Aber echt, hey. Also, ich, ja, ich meine, letztendlich, 3D ist halt deswegen halt auch immer so, äh, so unangenehm, weil als Brillenträger dann halt nochmal diese Brille drüber und das ist halt einfach, also, ab Mitte des Films. Also, mir tut dann halt immer die Nase weh von den Rändern und die haben halt, das ist, aber letztendlich von den Effekten her fand ich es echt gut. Also, ich fand's auch jetzt nicht unangenehm, es war kein unangenehmes 3D, es ist halt einfach nur diese, dieses auf der Nase sitzen, das ist halt so einfach furchtbar. Und irgendwie, dass du halt aus dem Kilosahn halt auch rauskommst und dass jeder dann halt sieht, oh mein Gott, sie waren im 3D-Film, egal ob Brillenträger oder nicht. Letztendlich, äh, schneidet's jedem halt diese blöde Brille halt ein und das weiß ich auch nicht, dass da, ähm, wie viele Jahre wir uns jetzt mit dieser Technik rumquälen müssen als Kinozuschauer und sie es irgendwie nicht schaffen, gescheite Brillen zu machen. Was würdest du sagen, ähm, ist es denn tatsächlich ein Film, den man im Kino gesehen haben sollte? Also, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Weil, auf der einen Seite ist es ein Blockbuster mit, mit, mit veritablen Schauwerten. Auf der anderen Seite, denke ich mir, ist das halt jetzt rein filmisch gesehen halt so überflüssig, dass ich sag, ja gut, das reicht auch, wenn man den sich dann mal abends auf Netflix oder Amazon anguckt, wenn der mal erhältlich ist. Ja, ich mein, da ich ja in den letzten Wochen halt, äh, auch wieder einen Bericht gelesen hab, der besagt, dass halt der deutsche Kinomarkt, äh, auf 17 Prozent, äh, nochmal rückgängig, äh. Um oder auf? 17 Prozent weniger Kinozuschauer. Um 17 Prozent. Ja. Und, ähm, ich mein, Deutschland ist das, das, das Land der, der faulsten Kinobesucher. Also sollte ich jetzt hier vielleicht jetzt schon immer sagen, okay, Kinox geht einfach ins Kino, weil, ähm, ich weiß, es ist teuer, es ist manchmal nervig, es gibt Leute, die auch im Saal nerven und so, aber letztendlich ist das halt immer noch eine Gattung, also es ist halt ein Teil der Kultur und deswegen sollte man das halt auch weiterhin zelebrieren. Ja, ich fände es, ich fände es auch schade, wenn, wenn es das Kino, äh, an sich nicht mehr geben würde. Nicht mehr gäbe, also so, so, so sehr ich diesen, diesen Luxus, ähm, liebe halt zu Hause auf Knopfdruck, äh, mir Sachen angucken zu können. Ja, natürlich. Aber es ist Kino und, äh, da gab es ja diesen Slogan und den finde ich ja sehr passend, dafür, äh, werden Filme gemacht. Ja. Das, das stimmt so. Das ist halt einfach auch so. Ähm, es stimmt sicher nicht, also primär ist es das erste Vermarktungs, ähm, wie sagt man denn da, die erste Vermarktungswelle von Filmen, äh, ist Kino und ich bin schon der Meinung, klar, muss man nicht alles im Kino gesehen haben, jetzt rein vom Standpunkt der Technik ausgesehen, aber Film per se ist ein Medium, das gemacht wurde, um im Kino gesehen zu werden, so. Und deswegen glaube ich an der Stelle einfach unser Plädoyer, ähm, geht ins Kino so oft ihr nur könnt, ähm, auch wenn die Preise mittlerweile schon in schmerzhafte Regionen vordringen, vielleicht bei uns noch erträglich sind, ich weiß von Regionen und Städten, wo es halt noch teurer ist, ähm, muss ja nicht immer 3D sein. Das dürft ihr gerne boykottieren, da bin ich eigentlich auch nicht traurig, wenn das wieder weggeht, aber, ähm, ja, alles in allem, geht ins Kino, auch in the Mac, ähm, schaut ihn euch an, habt Spaß, ja, vor allem wenn es so heiß draußen ist, hier wieder klimatisierter Kinosaal. Ist ja, sowas Besseres kann einem ja gar nicht passieren. Hält dich angenehm, genau. War, war ein Spaß, ja. Also uns hat Spaß gemacht, könnt da reingehen und dann würde ich sagen, hauen wir mal unseren Spoiler-Alarm rein. Gibt's denn irgendeine Lieblingsszene, die dir in Erinnerung geblieben ist? Also das hat man ja so ein bisschen auch im Trailer gesehen und, ähm, ich hab mich sehr auf diese Szene wieder gefreut, weil sie halt einfach unglaublich ist und das ist halt, also mehr Horror geht gar nicht. und das ist halt, im Trailer siehst du halt dieses süße, süße, süße Mädchen, wie sie halt mit diesem Ball da spielt, den sie da halt durch diese Glastunnel unter Wasser führt. dieser meeresbiologischen Station da. Ja genau und die hat halt unter Wasser halt diese Glastunnel, die teilweise halt, äh, ja auch noch im Bau sind und so, aber sie sind fertig, muss man gleich dazu sagen. so und dann dieses Mädel führt halt, äh, ihren Ball da durch und, ja, wenn man halt den Trailer schon gesehen hat, weiß man, was kommt. Und zwar, es kommt der Meg, der Megalodon und, also, mehr Horror geht einfach gar nicht, weil. Das kleine Mädchen im Hintergrund dieser riesen Hai. Das kleine Mädchen, dieser riesige Hai und dann, wie er dann halt auch noch ins Glas beißt, was dann später halt dazu führt, dass du halt seine Abdrücke halt in dem Glas siehst und du halt dann so, oh mein Gott, es kann ja nur der Megalodon sein, weil, stellen wir gleich mal einen 2,05 Meter Mann hin, ja, kann, kann er schlucken, okay, ja, ist es. Nie Spaß, ähm, ja, also das ist mein absoluter Lieblingsspunkt. Ja, war, fand ich gut, ja, stimmt. Und halt dann später, es gibt viele halt, also alle, wo dann halt der Hai dann mit dabei sind und, ähm, also, man muss auch dazu sagen, der Film ist immer dann am besten, wenn der Hai dabei ist. Natürlich. Ist ja auch der zweite Hauptdarsteller. Ja. Oder eigentlich der heimliche Hauptdarsteller. Der heimliche Hauptdarsteller. Und, äh, zum Beispiel später dann halt auch, wenn es drum geht, dann dieses, weil, ist ja klar, man kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben ihn gefunden und jetzt ist alles gut, sondern, ja, wir müssen jetzt auch die Menschheit vor diesem Tier dann auch retten. Und, äh, dann wird dann halt versucht, ihn, äh, dem Garaus zu machen und dann wird dann halt ein, ein, äh, Hai-Käfig, aber nicht diese alten Hai-Käfige, sondern aus Plexiglas, Plexiglas, der, äh, die und die Beißkraft, also Newton, Kilo Newton aushält und überhaupt und, ähm, ja, dann kommt dieser Hai-Käfig dann runter und dann ist klar, dann wird er dann auch angelockt und dann kommt er dann auch und dann wird er halt versucht, ihm Gift zu indizieren. Ja, und dann wird dann halt irgendwie vergessen, so, ja, natürlich, also hat er die Beißkraft und natürlich kommt er da auch nicht durch, aber, man, das Vieh könnte ja einfach dieses blöde Ding einfach verschlucken. Und das war dann schon so, oh mein Gott, sie ist in dem, weil diese Suin, ist ja in diesem Hai-Käfig oder in dieser Hai-Röhre, ist ja kein Käfig mehr, ist einfach nur ein Glas. In dieser Hai-Pastille. Genau, und sie ist halt da drin. Hai-Hoppen. Ja, hat es dann auch geschafft, ihm diesen, äh, diese Spritze dann auch zu indizieren durch eine Harpune, aber, ähm, der Hai lässt halt nicht nach und sie ist halt in dieser Röhre halt drin, es sieht eigentlich ein bisschen aus wie Flaschenpost, gell? Rohrpost. Rohrpost, genau. Und, ähm, ja, und landet dann halt in seinem Maul und, und er fängt halt an so grob, grob zu schlucken und, äh, das war dann schon so, uah, scheiße. Und dann kommt dann gleich mal der Jonas um die Ecke und rettet sie halt. Und rettet den Tag, ja, klar. Genau, weil, äh, es entwickelt sich ja so eine kleine Liebesgeschichte zwischen den beiden, was aber auch von den Mädels so ein bisschen angefacht wird. Da war ich aber auch sehr dankbar, weil das wäre jetzt eigentlich wieder so eine typische Art von Film gewesen, wo ich mit Sex gerechnet hätte. Ja. So vollkommen unpassend, einfach so. Nee. Wir haben jetzt gerade alle, alle unsere Freunde verloren, aber ich stehe auf dich. Ja, genau. Nee. Ole, ole. Nee, genau. Es blieb so, äh, Andeutung, Andeutungsweise. Aber sehr. Und auch wie er sich seiner, seiner Tochter, also ihrer Tochter angenähert hat. Ja, ja. Mir fällt das Wort gar nicht an, aber sehr züchtig. Ja, sehr. Ja. Also für zwölf, also ja, okay, da kam, da hat die FSK dann wieder gepasst. Ja, das war schon sehr züchtig, ob es die zwei da nicht getrieben haben. Das waren wirklich nur so Blicke. Ja, ja, genau. Ja, ähm, wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen, wie die überhaupt, also, was der Film einem erzählt, wie es denn dazu kommen kann, dass so ein Highout überlebt, das fand ich ja auch witzig, weil, ähm, sie sagen ja, naja, gut, rein theoretisch, wenn's, äh, ich, ich hab auch ein bisschen bei Wikipedia gespickt, ähm, mag's der halt sehr warm. Mhm, ja. Und, äh, das lag ja an dem Klima damals auch so ein bisschen, äh, das heißt also, wenn so ein High tatsächlich noch existieren würde, dann müsste das natürlich irgendwo in den oberen, äh, Wasserschichten sein, wo es halt warm ist. Und sie haben's halt jetzt irgendwie so erklärt, dass, äh, irgendwo im Marianengraben oder so? Nee, nee, das war nicht im Marianengraben, aber tiefer als der Marianengraben. Ja, genau, weil man hat ja immer vermutet, das ist die, das ist das Ende quasi der... Der Meeresboden. Der Meeresboden, genau. Und, das fand ich dann auch so ein bisschen aberwitzig, dann so quasi, ja, man muss dann einfach nur durch... Ja, es ist nicht der Meeresboden. Es ist nicht der, ja genau, Edgebatch. Ihr habt euch getäuscht, es ist eigentlich nur so eine komische... Schicht aus Gasen und... Salz-Sedimentschicht, die eigentlich, also, also sie haben halt auf dem Sonar, sieht's aus wie ein fester Meeresboden. Wenn sie dann aber mit dem U-Boot kommen, kann man da durchtauchen. So, das ist die... Und unterhalb dieser Schicht ist quasi eine Schicht, die viel wärmer ist und auch eine ganz andere, ähm, Fauna und Flora. Genau, das haben sie dann auch noch gezeigt. Das war sehr cool. Und da gibt's halt dann noch so Sachen wie Riesen-Tintenfische und... Und Riesenhaie. Und Riesenhaie. Ich hab mich so ein bisschen an Jules Verne erinnert, diese Szene am Anfang. Und dann haben sie ja mit dem U-Boot bei der Flucht vor, also aus dieser Tiefe, diese Schicht quasi kurzzeitig zerstört oder ein Loch reingerissen und durch die ist dann der Megalodon hinterher geschwommen, weil er sich gedacht hat, hey, da oben ist kaltes Wasser, das find ich viel cooler. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's auch nicht verstanden, das haben sie aber auch saudoof erklärt. Weil vor allem halt, ähm, weil die Schicht ist ja dann wieder zu, dann ist die wieder offen und ich mein, da unten ist es halt anscheinend deutlich wärmer. Also müsste er eigentlich so mit der Nasenspitze so aus der, aus der Schicht rausgelugt haben, so, äh, ist mir viel zu kalt. Dann wär er eigentlich wieder nach oben. Ja, sie haben ja ein Stück Warmes mitgenommen. Ach so, und dann ist er quasi in dem... Ja, in diesem Kanal ist er dann... In diesem warmen Kanal. Aber, äh, ich dachte mir an der Stelle, komm, lass es doch einfach, es ist doch eh wurscht. Ja. Es ist doch eh wurscht. Der ist euch halt gefolgt, der hat irgendwie Lunte gerochen oder Blut, was weiß ich. Und jetzt ist er halt da, wenn sie es nicht so blöd erklärt hätten, ich hätte das nicht vermisst. Ja, vor allem halt vielleicht, die hätten, es wäre am, am besten wäre es erklärt gewesen, wenn ich sage, okay, wir haben, die Futterressourcen sind unten ausgegangen. Ja. Zum Beispiel. Deswegen ist er jetzt da. Ja, aber dann hätte es diesen Katalysator nicht gebraucht. Ja, das stimmt. Aber, ähm, wie fandst du so die Tatsache, dass es nicht der Einzige war dann? Ja, das war dann... Deswegen jetzt echt im Spoiler-Teil, weil das ist wirklich eine Überraschung, die ich nicht vermutet habe. Wobei, wo es dann kurz bevor es dann soweit war, weil, ähm, wir haben ja schon die Geschichte von diesem Rohrpost, äh, Haikäfig erzählt und sie schaffen es ja dann tatsächlich, diesen Hai dann auch zu betäuben oder besser gesagt zu töten. Und, und dann wird dieses riesige, riesige Tier auf, äh, auf dieses Boot gehievt. Ja, wie so. Du denkst so jetzt... Trophäenmäßig aufgehängt. Genau, so, ja, genau. Und dann wird dann halt, äh, auch Bilder da mitgemacht, so, ha, 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 ha. Und der eine, also, The Wall wird dann auch ins Wasser, kommt dann auch ins Wasser rein und zeigt schon Beinchen und hi, hi, hi und ha, ha, ha. Ja, und spätestens dann denkst du so, okay, jetzt kommt gleich was. Und dann kommt es dann auch gleich. Naja, du guckst auf die Uhr, sagst, okay, der Film geht jetzt noch irgendwie, äh, 40 Minuten. Ich hab nicht auf die Uhr geschaut. Der Hai ist tot, da muss noch ein geben. Ja, genau. Das, also, dann, also in dem Moment ist es nicht überraschend, ich fand es nur generell überraschend. Dass es halt zwei gibt. Dass es zwei gibt, ja. Ja, genau. Also, dass es dann zwei geben muss. Also, entweder der wacht wieder auf. Das war meine erste Vermutung. Hab ich eigentlich auch gedacht. Dass der gar nicht tot ist, aber dass dann halt noch größerer, äh, warte, sag ich, Hai kommt. Deutlich größer. Deutlich größer. Ich hab ja immer noch im Laufe des Films drauf gewartet, dass noch ein größerer kommt. Ja, das wär dann, also dann wär's in ultimative Trashgefilde gewandert, aber das haben sie sich dann, glaub ich, gespart. Auf jeden Fall kommt noch einer und der ist halt nochmal viel größer und frisst dann halt sich durch alles, was da irgendwie nur rumliegt. Jump, jump. Weil bis dahin stirbt ja auch keiner. Also außer der, der den Toshi spielt, der Masioka von Heroes. Das ist ja der Einzige, wo bis dato stirbt. Und du denkst die ganze Zeit, okay, wann geht's denn los? Weil das ist ja so dieses Zehn-kleine-Niggerlein-Prinzip. Nee, da ist ja schon der, der... Wieso? Ja, der, der Chef, der Milliardär ist doch schon gestorben zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Doch. Nein. Doch. Später. Nee. Später. Das ist ja schon, sie machen Jagd auf, auf den Hai, weil, äh, niemand irgendwem irgendwas gemeldet hat. Doch, dann schüttelst du den Kopf. Ja. Nee, sie brechen doch auf. Ist das... Ja, stimmt, das ist später. Stimmt, weil der dann auch mit, so tut das, ob er trauern würde. Ja, genau. Ja, und dann, genau. Weil dann stirbt, dann geht's ja los, dass endlich mal Leute sterben. Endlich. Ja, weil du wartest ja so ein bisschen auch immer drauf, denkst du. Also, das kann ja jetzt nicht sein, dass die hier alle da, äh, wohl, äh, wohl nach Hause kommen. Wohl behütet. Ähm, genau. Und dann wird ja, dann ist ja klar, okay, da gibt's noch einen, der ist noch größer. Und dann meldet doch der Milliardär, er hat jetzt den, den Chinesen gemeldet und jetzt ist hier schon, ähm, jetzt kommt dann gleich die, die Kavallerie und überhaupt. Und dann hat er ja seinen eigenen geheimen Plan, wo er sich ja dann abholen lässt vom, vom Militär oder von seinem, von so ein paar Söldnern in einem Helikopter, wo sie dann halt, das ist auch, das muss man überlegen, auf die Idee können auch nur so Amateure kommen. Komm, wir schießen was Großes in der Nacht. Mit, äh, mit Wasserbomben. Mit Wasserbomben. Und dann kann man ja nur hoffen, dass wir halt das Größte getroffen haben und das kann's ja dann nur sein. Ne, sie haben ja einen Peilsender an dem Hai. Ja, ja, aber der hat. Der ist aber unter einem Wal. Ja, genau, wahrscheinlich, weil der gerade unten dabei war, ihn anzuknabbern. Ja. So, und was passiert? Sie treffen halt nicht den Hai, sondern den Wal. Und sie erkennen halt nie, was dunkel ist. Genau. Und das meint sie halt währenddessen. Noch eine, noch eine. Ja, genau. Und dann fliegt da halt auch noch, na, das war so eklig. Walgegröse. Ja. Denkt man ja, das wäre Hai-Zeug. Haimasse, aber es ist Walmasse. Und dann, das war dann schon fast wieder lustig, wo dann der Milliardär dann so auf dem, ja, bringt mir einen Zahn, bringt mir einen Zahn. Und dann kommen sie erst drauf, dass es ein Wal ist, weil… Der hat keine Zähne. Der hat keine Zähne. Oh nein, das ist ein Wal. Das ist so total feuer. Ja. Und dann landet der Herr selber dann irgendwie drauf, warum auch immer. Und wird dann halt verschluckt. Hai-Hoppen. Genau. Ja, und dann müssen die anderen halt wieder ran. Und dann merken sie halt, ah, der hat es nicht gemeldet. Huhuhu, du Böser. Und dann gehen sie halt Richtung Küste. Und dann kommt dann halt dieser besagte Strand, wo dann halt irgendwie die chinesische High Society da Urlaub macht. mit auch wohlgenährten chinesischen Kindern. Das fand ich dann lustig. Weil du sagst, Strand, was mir da ganz besonders aufgefallen ist und was natürlich den ganzen Film irgendwie auszeichnet ist. Er ist jetzt nicht ganz unblutig, aber weniger im Sinne von, also du siehst nie, wie jemand gebissen wird. Nee, du siehst niemanden, wie er im Maul irgendwie zermanscht oder zerteilt wird. Ja, das ist nicht, aber du kannst es dir schon, also… Ja, ja, aber du siehst da in dem Moment, siehst du nie Blut, sondern du siehst vielleicht mal irgendwo so einen abgetrennten Arm oder halt dann eine Bisswunde. Aber du siehst nie, wie der Hai jemanden zerbeißt. Ja. Siehst du nicht. Und das ist auch an diesem Strand, das war übrigens meine Lieblingssequenz, weil immer wenn man den Hai quasi von oben, also vor allem in Relation zu diesen Menschenmassen, die da planschen, gesehen hat, das fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Aber diese Szene mit dem Surfer war nicht aus dem Trailer. Ja, und zwar das Bild ist unglaublich cool. Also eine große Welle, oben der Surfer und in der Welle… Der Hai, das sieht so gut aus. Der Hai kam nicht vor. Aber so generell die Szene, wo halt du siehst von oben irgendwie den Hai unter Wasser und oben die Menschen als kleine Punkte mehr oder weniger. Und er nimmt ja dann mehr… Diese Inseln mit. Diese, ja, so schwimmende Inseln, die halt irgendwie mit Ketten verankert sind und er bleibt halt in diesen Ketten hängen und zieht so diese Inseln mit und dann bricht halt diese Panik aus. Und ja, und natürlich mündet das Ganze in irgendeinem vollkommen hanebüchenen Showdown. Also das fand ich dann schon wieder so over the top dämlich, dass der Spannung oder der Suspenswägen dann auch noch Hubschrauber abstürzt auf das Boot. Ja, stimmt. Ah ja, und dann ist ja auch diese Hochzeit mit diesem kleinen Hund. Ja, aber das halt dann eher, also der Jason Statham und die Chinesen in solchen komischen, superschnellen, wendigen U-Booten Jagd auf den Hai machen und gleichzeitig oben auf dem Boot aber ein Helikopter abstürzt. Also irgendwie zwei Hubschrauber von irgendwelchen, was ist denn das, Presse, also Paparazzi, die eigentlich am Strand gefilmt oder oder? Ja, genau. Und die folgen halt dem Hai und filmen und passen irgendwie nicht auf und fliegen zusammen und einer stürzt auf das Boot und dann kennt er das Boot und die müssen runter und alles ist nochmal viel gefährlicher. Und die Kleine dann so irgendwie, die fand ich auch so geil, weil der Schwarze dann immer so voll ausflippt. So, mein Gott, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und sie sagt ja, da haben wir so sinngemäß, hey, jetzt reißen wir zusammen, du hast doch eine Schwimmweste an. Ja, genau. Nee, vor allem, wo er dann sagt, er kann nicht schwimmen, jetzt halt bloß nicht rassistisch werden, so quasi, weil alle Schwarzen irgendwie schwimmen können anscheinend, keine Ahnung. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört, aber. Ich auch nicht. Ja. Nee, die Kleine war schon cool. Ja, und dann schaffen sie es natürlich. Und nachdem dann der letzte Mac dann auch weg ist und tot ist, dann ist sowieso Happy End und jeder geht seiner Wege. Ja. Und dann. Und dann vergisst man den Film und fängt man auch schon wieder an, den Film zu vergessen. Ja, ja. Also es ist jetzt. Ja, wobei, wir haben ja jetzt schon, also wir haben ja am Samstag gesehen, jetzt ist Mittwoch, wir kriegen schon noch einiges zusammen. Also so, so beiläufig ist er dann auch. Die Szene, die mich eigentlich am meisten gestört hat, war die Szene, wo ihr Vater stirbt. Ja, das war halt so. Wie ist der nochmal gestört? Naja, der ist halt irgendwie auch, hat irgendwie, als das Boot gekentert ist, glaube ich, hat irgendwas abgekriegt. Nicht vom Hai, sondern eher von irgendeinem herabfallenden Teil vom Boot oder irgendwie, der hatte innere Verletzungen. Das war ja auch was, dass da keiner, weißt du, dann haben sie diesen blöden Hai-Käfig nach unten und da hat keiner dran gedacht, wie schwer denn das sein könnte. Und dass dann die Kräne dann ein, äh. Ja, die haben ja nicht so mitgerechnet, dass sie den schluckten. Ja, schon klar, aber das ist halt zum Beispiel so ein Faktor, dann würde, also denke ich mir immer, wenn du jetzt halt ein anständiger Wissenschaftler bist, dann tust du auch das nicht. Dann musst du das auch berücksichtigen. Ja, ja, komm. Dass halt, ich meine, dass so ein riesiges Vieh sich vielleicht halt auch drauflegen könnte oder dass dann so ein Kran dann halt das vielleicht nicht aushalten könnte, da hat ja keiner dran gedacht. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen unrealistisch. Was ich unrealistisch finde generell ist halt, dass sie sich da auf eigene Faust auf die Jagd machen, anstatt halt generell erst mal das Militär zu holen. Ja, das wäre, wenn wir von Anfang an sagen können, hey, uh, das ist ein bisschen, äh, unsere Kragenweite, äh, komm hier, äh, schmeiß doch mal ein paar Bomben auf, das Vieh und gut ist. Dann wäre es sofort vorbei gewesen, dann wäre der Film ja wahrscheinlich auch noch halb so lang, also, ja, kann man ihm das verzeichnen. Ja, okay, dann haben sie halt den Weg gewählt. Hast du noch irgendwas? Zu den Details, zu irgendwelchen Details? Also, wie gesagt, also mir hat er gefallen, mir hat er Spaß gemacht. Angucken. Ich, ja, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ja, dann ist unser Gesamtfazit, wie immer, nicht viel anders als unser Fazit vor dem Spoiler-Teil. Ähm, das heißt auch die, die bis hierher gehört haben, äh, werden ihn wahrscheinlich schon gesehen haben. Das, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig. Ähm, eigentlich können wir unser Fazit, äh, am Ende, äh, komplett weglassen, weil ich glaube, dass die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, werden nicht über den Spoiler-Teil hinaus hören, äh, oder die Leute, die dann trotzdem weiterhören, die denken sich, oh, denn, bis ich den gucke, habe ich das alles wieder vergessen. Mhm. Aber da reicht eigentlich ein Fazit, glaube ich. Das glaube ich auch, ja. Ähm, ja, haben wir denn jetzt, äh, haben wir jetzt schon einen Titel, einen Untertitel gefunden? Nein. Nein. Nein, dann muss ich mir wieder was ausdenken. Bis bald. Bis bald. Na, super. Hi-Happen. Hi-Happen. Mu-Haha. Zum Beispiel. Wie sieht es denn mit einem, mit einem Ausblick aus? Ja, ich schaue gerade, weil, also ich glaube, der nächste Film, wo mich interessieren würde, äh, das wäre der Black Clansman von Spike, ähm, Spike Lee. Ja, definitiv. Habe ich auch schon Positives drüber gehört. Ja. Ich weiß aber jetzt nicht, was das sein soll. Ist das eine Komödie? Ähm, ja, hier steht, also, beruht wohl auf wahren Begebenheiten und, äh, also, Biregraphy, Comedy steht hier. Ja, ich habe auch so den Eindruck, dass es eine komödiantische Auseinandersetzung mit dem Thema Kuckucksklan ist, ne? Ja. Aber 82 Meter Score. Mhm. Naja, da freue ich mich auch schon drauf. Wann läuft der an? Äh, am 23. August. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob wir, äh, den Christopher Robin, wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich zu Hause. Aber sehen will ich den, der ist, glaube ich, süß. Perkel. Perkel und Tiger und I.A. Ja. Spielt auch die, die, äh, Hayley Atwell mit, ne? Mhm. Die aus, äh, Agents of, äh, nee, nicht Agents of Shield, aber, ähm, äh, Carter, ähm, wie heißt der? Ja, und dann der Agent Carter. Agent Carter, genau. Und dann das nächste wird dann wahrscheinlich danach sein, der Predator. Oh ja. Also, ich weiß jetzt nicht, also ich finde den Kinoherbst bis jetzt, also da kommen Sachen wie Die Nonne oder Alpha oder, keine Ahnung, Searching oder Bad Spice, also das sind alles so Filme, sorry, aber das interessiert mich echt null. Also es kommen so viele Filme jetzt im Herbst, wo ich sage, interessiert mich echt gar nicht. Also jetzt, dieses Jahr kommt ja, jetzt kommt kein... Das finde ich schon, finde ich schon beachtlich, weil normalerweise ist es so, dass man es schon, also mindestens einen Film in der Woche, wo man sagt, okay, dann würde ich jetzt echt gerne ins Kino gehen und man vielleicht den dann nicht anschaut, weil die Zeiten nicht passen oder weil er es vielleicht nicht nach Passau geschafft hat und so, aber das, was jetzt hier die nächsten Wochen, Monate hier an Kinoprogramm, muss ich jetzt einfach mal so in die Runde sagen, geboten wird, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit ohne Gleichen, also... Das ist die Herbstflaute. Ja, also... Es kommt ja auch kein Marvel mehr dieses Jahr, es kommt auch kein Star Wars dieses Jahr, gut, ist ja auch mal gut, ne? Ja. Ja, weil dann kommt, warte mal, Anfang September, also Mitte September kommt Predator, dann, das wäre das Nächste, was wir jetzt glaube ich anschauen würden, das wäre dann Ende September die Unglaublichen 2. Mhm. Also das heißt, und dann halt im Oktober geht es dann weiter mit Venom, Starspawn. So. Dann Aufbruch zum Mond. Ja, also der September wird sehr... Ähm, apropos, ähm, Venom, ich, ähm, du hast ja sicher mitbekommen, dass Disney Fox gekauft hat, ne? Ja. Ähm, dir ist schon klar, dass Disney auch Marvel gehört, ne? Ja. Und dass durch den Kauf von Fox Rechte zurück an Marvel gehen. Ja, ich hoffe es mal. Ja, ja, und zwar X-Men und, ähm, ja, vor allem X-Men, ja, das ist eigentlich so, das IP, was sie an Fox verkauft haben. Ähm, denen gehört ja, Fantastic Four gehören ja, ähm, wie heißen die Deutschen? Konstantin. Konstantin, ja. Äh, äh, und die Sony, äh, Sony hat ja, äh, Spider-Man, wobei Sony ja jetzt mit Marvel kooperiert, aber, äh, X-Men geht tatsächlich zurück durch den Fox-Kauf an Disney respektive an Marvel. Ja, zum Glück. Und, äh, da bin ich gespannt, ähm, es ist ja immer noch dieser Dark Phoenix, ähm, ähm, Film da in, 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 im Gespräch, äh, wie weit der fortgeschritten ist, weiß ich nicht. Der ist schon, also, ich glaube schon, dass die schon ganz schön gedreht haben. Dass es noch ein Fox-Film ist, weiß ich nicht. Ja, aber es gibt auch, ich meine, es gibt Sachen, so zum Beispiel die Simpsons oder auch viele Sachen, die bleiben bei Fox. Ja, ja, also sie, sie, ähm, stampfen jetzt nicht alles ein. Nee, nee, nee. Aber, äh, es wird halt, es ist halt in, insofern interessant, weil, ähm, Marvel halt jetzt über Umwegen, äh, quasi wieder ein IP zurückkriegt, das sie, äh, vor Jahren verkauft haben. Das ist schon, schon gut. Ja. Über den Zusammenschluss kam, da, können wir einen eigenen Podcast. Ja, das stimmt. Gut. Okay, also, was ist das Nächste? Schauen wir Black Clansman? Wahrscheinlich Black Clansman, genau. Dann, äh. Wahrscheinlich. Ja, dann schauen wir in jedem Fall, dann schauen wir in jedem Fall Black Clansman diese Entrüstung. Hm. Ja, dann, äh, bevor wir uns verabschieden, äh, freuen wir uns natürlich wie immer, ähm, über jede Art von verbaler oder finanzieller Zuwendung. Man muss dazu sagen, dass wir, ähm, heute zum ersten Mal mit einem massiven Upgrade, technischen Upgrade aufgenommen haben, weil uns, äh. Du hast dich in Unkosten gestüttet. Ich hab mich in, ja, das kannst du laut sagen, also, es war, äh, es war teuer, aber es war notwendig, weil, äh, und vor allem unsere alten Headsets, äh, haben uns immer wieder geärgert mit technischen Querelen und, und Tonstörungen und dergleichen, was sehr, sehr nervig ist. Und, äh, ja, was wir nicht brauchen können, ist halt irgendwie sich mit Technik rumzuärgern während der Aufnahme. Ja. Lange, richtig kurzer Sinn. Wer uns unterstützen oder einfach eine Rückmeldung geben möchte, der kann natürlich wie immer erstmal seinen Freunden von uns erzählen, Werbung machen. Uns auf Twitter, Facebook oder YouTube folgen. Kann diese oder jede andere Episode kommentieren. Das freut uns auch ganz besonders. Also, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Korrekturen, Fußnoten habt, kommentiert's, ja, alle, die uns privat kennen, die können uns natürlich auch privat kontaktieren, aber in den Kommentaren haben auch andere was davon an diesem Diskurs und an dieser Information. Insofern sähe ich sowas immer ganz gerne in den Kommentaren. Also, uns eine Nachricht schicken oder hast du es schon gesagt? Nein. Okay. Ihr könnt uns auch bei iTunes bewerten. Uns bei Pornopticum.io empfehlen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns eine Sach- oder Geldspende zukommen lassen. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes dieser und anderer Episoden im Podcast Client eures Vertrauens. Und natürlich auf kat.exclamatio.de Ja, dann bedanken wir uns wie immer. Ja. Ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ja. Wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. 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 Immerhin seist du bekannt unter dem Namen Heihappen. Heihappen, UHH! Willkommen, Bruder Heihappen. Heihappen, UHH! Schluss mit dem UHH! Heihappen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017